Guten Tag, ich trage einen weißen Kittel und stehe vor Reagenzgläsern. Das macht mich zu einem seriösen Wissenschaftler. Außerdem blenden wir eine Sinuskurve ein, in einem Koordinatensystem, dessen Achsen nicht beschriftet sind. Das ist ziemlich clever. Mehr Argumente brauchen wir nicht, um Ihnen dieses Produkt anzudrehen. Entschuldigung, Sie haben da Fettbaren in Ihrem Korb. Warum? Ich stehe hier perfekt ausgeleuchtet und gut geschminkt auf einem Parkplatz und beiße in eine Knusperwaffe. Das Ganze soll sehr spontan und authentisch wirken. Ich würde diesen leckeren Fettbaren auch meiner ganzen Familie kaufen, wenn ich nicht eine ziemlich scharfe Lesbe wäre. Ich bin die Identifikationsfigur für die Jugend. Leider habe ich mich wirklich mit diesem Brotaufstrich vollgestoppt. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr fit genug für die Nationalmannschaft. Außerdem haben wir diesen Spot gedreht, bevor der endgültige Kader bekannt gegeben worden ist. Und da bin ich eh nicht mehr dabei.